Der Scheck war der Star beim 10. Deutschen Eckcup. 4.600 Euro wurden für Kinderglück, die Initiative der Lotto-Stiftung, eingespielt. Die gute Sache begeistert. Und das macht dieses Turnier für Betriebsfußballmannschaften so besonders. Im Schul- und Sportzentrum Mülheim-Kerlich trafen sich 24 Mannschaften, um Spaß am Fußball zu haben und dabei Gutes zu tun. Für? Eine Aktion, wo sich im ganzen Land Rheinland-Pfalz Organisationen um Kinder kümmern. Um Kinder in aller Regel oder häufig um Kinder, die in schwierigen Lebensverhältnissen sind. Das können Kinder sein, bei denen die Eltern nicht mehr dabei sind. Das können Kinder sein, die aus gesundheitlichen Gründen benachteiligt sind. Das sind häufig auch Ausländer und Flüchtlinge. Und denen zu helfen, auf diese Art und Weise, das ist schon eine nobler Aufgabe. An Kinder wurde auch am Turniertag gedacht. Im Rahmenprogramm boten die Cheerforce, die Cheerleader der CTG Koblenz, ein Schnuppertraining an. Die Weltmeister wissen, wie es geht. Und ein Fußballtraining durfte auch nicht fehlen. Das DFB-Mobil des Verbandes war vor Ort und ein prominenter Trainer. Euro-Eddy wurde er einst getauft, als er für Karlsruhe Fußballgeschichte schrieb. Heute ist er für gute Zwecke unterwegs. Wir spielen ja selbst in der Lotto-Elf. Und es macht immer wieder Spaß, mit Kindern zu arbeiten. Ich habe selbst vier Kinder. Und deswegen ist das eine Herzensangelegenheit. Mit dem Herzen dabei sind seit Jahren auch inklusive Teams, wie z.B. die der Caritas oder von Special Olympics Rheinland-Pfalz. Die zwar nicht ganz vorne landen, aber ihre Erfolgserlebnisse feiern. Sie sind die Publikumslieblinge. Mannschaften wie die der Rhein-Mosel-Werkstatt für beeinträchtigte Menschen. Das spielt der Geschäftsführer gemeinsam mit den Beschäftigten. Das ist der deutsche Eckcup. Ja, weil es einfach Spaß macht. Weil es eine gute Gelegenheit ist, zu zeigen, dass jeder Mensch seine Beeinträchtigung hat. Aber trotzdem, mit Sport hat man etwas, was uns alle verbindet. Und es geht hier nicht um den Pokal, es geht nicht um die Weltmeisterschaft. Hier geht es einfach, um dabei zu sein, mittendrin zu sein, einfach inklusiv zu sein. Und nicht nur geistig Beeinträchtigte sind hier dabei. Seit vier Jahren spielt beim Malereinkauf Südwest ein Mann, der durch einen schweren Unfall ein Bein verloren hat. Fußball geht trotzdem. Und zwar so gut, dass Christian Heinz mittlerweile für den amputierten Fußball bundesweit unterwegs ist. Einfach das Training macht es aus. Ich spiele jetzt seit sieben Jahren Krückenfußball. Und wie mit allem anderen auch im Leben kann man sich dran gewöhnen. Man kann es trainieren. Und von daher schafft man dann auch diese Spielzeit. Dieser Event ist ein Volltreffer. Dank Lotto Rheinland-Pfalz, dem Fußballverband und der SG 2000 Mülheim-Kerlich. Denn neben der idealen Infrastruktur stimmen hier zudem Organisation und Bewirtung. So kommt es, dass zahlreiche Unternehmen immer wieder kommen. Opel Fröhlich zum Beispiel. Die Autoexperten erzielten die schönsten Tore des Tages, wurden Vierter. Hier siegen sie im Viertelfinale gegen die EVM, die in zehn Jahren noch kein Turnier verpasst hat. Wir als EVM AG unterstützen natürlich die Region und auch diesen guten Zweck, der dieses Turnier erfüllt. Und deshalb ist es uns eine Ehre, jedes Jahr dabei zu sein. Die Titelverteidiger vom Fußballverband Rheinland gewannen zwar ein Neun-Meter-Schießen gegen Lotto Rheinland-Pfalz. Es reichte aber nur zum dritten Platz im Endklassement. Der guten Laune tat dies keinen Abbruch. Noch besser drauf zeigten sich die Finalisten des Jubiläumsturniers. Die TomTom PR-Agentur, auch mit der Gesamtorganisation des Events, seit dem ersten Tag beauftragt, marschierte eindrucksvoll zum ersten Sieg. Aber die Moritz Weick GmbH aus Mayen konnte gegen Ende der zwölf Minuten noch ausgleichen. So kam es zum Neun-Meter-Schießen, in dem die Einheimischen die besseren Nerven bewiesen. Der Wanderpokal bleibt erstmals in Mühleim-Kerlich, wo der Teamchef weiß, wem er zu danken hat. Die haben ja hier das ganze Wochenende gearbeitet, nicht nur heute. Und im Vorfeld gibt es dann auch immer wieder so die üblichen Probleme, Mannschaften sagen ab und Helfer sagen auch ab. Aber die, die dann da sind, die strengen sich halt richtig an und das muss auch so sein. Und das ist bei der SG 2000 zum Glück immer so. Und dann läuft so ein Turnier dann tatsächlich wie ein Selbstläufer, aber nur dann. Auch die zehnte Auflage bereitete allen Beteiligten große Freude. So ist das, wenn Spaß und gute Zwecke im Vordergrund stehen beim Deutschen Eckcup. So ist das, wenn es das century